Hi, mein Name ist Chris Glöckle, ich bin Mitbegründer von Gitarre Masterplan. In diesem Video möchte ich ein Problem ansprechen, mit dem sich sehr viele Leute identifizieren können, nämlich ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, wie ich das Gitarrenspiel in meinen Tagesablauf unterbringen soll, wie ich da sinnvoll üben sollte oder könnte, beziehungsweise soll ich vielleicht ein paar Monate warten und dann erst wieder richtig loslegen. Ja, viele können sich damit identifizieren, weil jeder hatte mal die Phasen oder ist vielleicht gerade in so einer Phase, wo Beruf, Schule, Familie, sonstiges, alles geballt auf dich einstößt, sagen wir so, und du nicht weißt, wie du wirklich üben kannst oder sollst. Und ich habe mir hier einige Punkte notiert, die ich hier ansprechen möchte, die dir vermutlich helfen werden. Ja, ich habe mir vorher auch noch die Statistiken angesehen, rein aus Interesse, mal gegoogelt, wie viel Zeit verbringen Leute auf Facebook, auf Netflix, vor dem Fernseher oder bei Handy-Apps und vorab, die Statistiken sind erschreckend, also speziell auch was Facebook betrifft oder Netflix, wie viel Zeit die Leute dafür opfern, sagen wir so. Und das auch teilweise ganz unbewusst. Da ist es wichtig, dass du hier Selbstverantwortung übernimmst. Mir ging es selber so, ich will mich nicht ausnehmen. Ich habe mir damals auch gedacht, in Stressphasen, naja, ich bin ja bei einem Musiklehrer. Ich bin ja mindestens einmal pro Woche dort. Es muss ja besser werden. Ich bin ja aktiv dran, auch wenn ich dann zu Hause mir wieder einrede, naja, üben, ich weiß nicht, ich habe zu viel Stress, es kommt zu viel zusammen, ich weiß nicht. Vielleicht ist das jetzt nur so eine Phase und in zwei Monaten ist es besser. Hier muss man selber Verantwortung übernehmen. Und auch nicht nur auf einen Lehrer die ganze Verantwortung abschieben, in der Hoffnung, dass man dann besser wird, sondern hergehen und schauen, was kann ich verbessern. Man kann vieles verbessern, speziell wenn man jetzt so Dinge wie Zeit auf Facebook vor dem Fernseher oder bei Handy-Apps ein bisschen eliminiert. Und einer der wichtigsten Punkte ist für mich, vorbereitet zu sein. Vorbereitet zum Üben, dass du schon am Wochenende oder die Woche vorher einen Plan erstellst, wie du üben solltest. Wenn du dann effektiv deine, sagen wir vielleicht zehn Minuten hast zum Üben, vielleicht sogar eine Stunde oder eine halbe Stunde, damit du die Zeit wirklich sinnvoll nutzen kannst. Das heißt, du hast eine Liste, so wie ich hier dieses Handout für dieses Video, so habe ich auch, Listen für mein Gitarrentraining, wie ich weiterkommen will, wo zum Beispiel draufsteht, was ich diese Woche an Rhythmikübungen umsetzen möchte, an Improvisationsübungen, an Songwritingübungen und so weiter. Übrigens, solche Themen und diese Themenaufstellung bekommst du auch eins zu eins in unserem Rock- und Metal-Basis-Kurs, wenn du daran interessiert bist. Weil wichtig ist, dass du nicht erst zu suchen anfangen musst bei deinen Materialien, was übe ich heute überhaupt, weil dann vergehen meist schon mindestens zehn Minuten, gerne auch eine halbe Stunde bei den meisten Schülern, wo sie überhaupt Material suchen, bis sie richtig loslegen und ins Laufen kommen. Also bei mir ist es schon so, bei Ben genauso. Wir haben unsere Pläne, wenn wir zum Beispiel 15 Minuten wieder Zeit haben, dann werden diese umgesetzt und ja, da wird nicht viel und nicht lange überlegt, was soll man überhaupt tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich beim Üben bin, dann drei bis vier Punkte, die mir sehr wichtig sind. Nummer eins, Handy in den Flugmodus stellen. Nicht ablenken lassen von irgendwelchen Nachrichten, von irgendwelchen komischen Alarmen von irgendeiner App, weil sich jemand gemeldet hat, Handy im Flugmodus haben. Wenn du am PC übst, mache ich zum Beispiel gerne zum Abspielen von Backing Tracks oder auch für den Timer zum Einstellen, dann vor dem Computer immer weg von Facebook und sonstigen Dingen. Auch wenn du denkst, na, ich habe nur kurz geschaut, was der wieder gepostet hat. Das lenkt ab, das ist scheiße, sagen wir so. Es ist wirklich scheiße. Wenn du ordentlich üben willst, weg von diesen Dingen. Punkt drei, habe ich gleich in Punkt zwei auch mit angesprochen, zum Thema Computer, einen Timer stellen. Früher habe ich gerne mit diesen Küchenuhren, diesen Eieruhren, die man so einstellen kann, geübt. Zum Beispiel, damit ich fünf Minuten absolut fokussiert üben kann. Also damit mich nichts durcheinander bringt und wo ich erst gedanklich wieder Pause machen kann, sobald der Timer läutet. Ich stelle mir das aktuell immer mit Apps am Computer ein. Wenn ich ohnehin Drumloops und so weiter oder Backing Tracks am Laufen habe, ist eine sehr gute Übung, also Übungsherangehensweise. Wie gesagt, drei sehr wichtige Punkte für mich. Handy in den Flugmodus, am Computer, Finger weg von Facebook, keine solchen Seiten geöffnet haben und einen Timer stellen. Ein Punkt, der für mich auch über die Jahre immer wichtig war, ist, früher aufzustehen. Ich bin jemand, der gerne in der Früh übt oder auch damals in meinen größten Stressphasen, wo ich mir gedacht habe, boah, wie soll ich das unterbekommen? Ich habe ein bisschen Stress in der Familie, ich habe beruflich Stress und so weiter. Da ist für mich immer gut gewesen, früher aufzustehen. In Wahrheit kann jeder, wenn man will, 20 Minuten früher aufstehen und da 15 Minuten davon die Gitarre in die Hand nehmen und dann sollte auch das kein Thema sein. Wie gesagt, wichtig ist auch, dass man gut vorbereitet ist, dass man einen klaren Plan hat und eine klare Struktur. Ja, ich hoffe, dass dich die Punkte ein bisschen ermutigen können, falls du gerade in so einer Phase bist, wo du denkst, ich habe keine Zeit oder vielleicht in einem halben Jahr ist es besser. Ich hoffe, dass dir dieses Video ein bisschen hilft. Und hier möchte ich auch noch erwähnen, im Link in der Videobeschreibung, da kommst du zu unserer Seite, wo du dich für die Live-Events im Jahr 2020 eintragen, registrieren lassen kannst, wenn du möchtest. Das ist ein sehr guter Punkt. Hier bist du mit vielen gleichgesinnten Leuten, wo du dich austauschen kannst. Wie kann ich üben? Wie übst du? Und so weiter. Das war im letzten Jahr bei unserem Event in Frankfurt auch ein sehr guter Punkt, denke ich, wo man gesehen hat, okay, wie setzen das andere um? Andere, die genauso berufstätig sind wie ich. Wie machen die das? Die haben auch eine Familie und so weiter. Sehr gut, sehr inspirierend. Wir sind 2020 in Berlin. Wir sind in München, in Frankfurt und in Wien, in Österreich. Und du kannst gerne dazu stoßen. Du bist herzlich eingeladen. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.